Die Avengers könnten sich unter der Regie von Sean Levy wiedervereinigen. Levy, der derzeit Marvels Deadpool & Wolverine fertigstellt, ist in frühen Gesprächen, um den nächsten Avengers-Film zu drehen. Quellen verraten, dass Marvel Levy letzte Woche das neueste Drehbuch vorgelegt hat, obwohl auch andere Filmemacher in Betracht gezogen werden. Zuvor hatte Marvel Levy Mitte März angeboten, Regie zu führen, doch er lehnte aufgrund von Terminkonflikten ab. Levy hat unter anderem die Arbeit an Deadpool & Wolverine, der am 26. Juli Premiere hat, und die Regie bei zwei Episoden der letzten Staffel von Stranger Things übernommen. Der kommende Avengers-Film, der ursprünglich den Untertitel Kang Dynasty trug, erfuhr Änderungen, nachdem sich Marvel von dem Schauspieler Jonathan Majors getrennt hatte. Die letzten Drehbuchentwürfe stammen aus der Feder von Loki-Schöpfer Michael Waldron und Destin Daniel Cretton war ursprünglich als Regisseur vorgesehen, bevor er im November ausstieg.